Hallo, mein Name ist Mike Böttcher und ich studiere zurzeit an der Hochschule Harz in Wendorode. Ich möchte mein Ausgangssemester in Neuseeland verbringen, nicht nur weil es dort besonders schön ist, sondern weil es dort auch die günstigsten Studiengebühren im englischsprachigen Raum gibt. Aufgrund des guten Images der Otago Politechnik und der spannenden Vorsorge, die angeboten werden, hoffe ich, mir hierdurch mein Englisch noch etwas aufbessern zu können. Und außerdem sind neuseeländische Hochschulen eine Hochburg von arbeitsmarktrelevanten Studieninhalten. Ein Auslandssemester in Neuseeland enthält die Chancen am Arbeitsmarkt. Und außerdem sind über 75% aller neuseeländischen Hochschulen in den Top 500 weltweit. Was von der überragenden Qualität neuseeländischer Hochschulen zeugt. Bildung in Neuseeland.de hilft euch nach Neuseeland. Schaut auch einfach mal vorbei, es lohnt sich. Bildung in Neuseeland.de Untertitelung des ZDF, 2020